Hier kommt Remilia, ob du es glaubst oder nicht, wir werden dich beißen und am Blut aussaugen, ja das ist Remilia. Hier kommt Remilia, ob du es glaubst oder nicht, sie wird dich beißen und am Blut aussaugen, ja das ist Remilia. Hier kommt Remilia, ob du es glaubst oder nicht, sie wird dich beißen und am Blut aussaugen, ja das ist Remilia. Sie hat eine Schwester und sie ist wirklich, wirklich verrückt und sie lebt hier tief im Keller. Sie kann dich töten, töten, töten und ist nicht nur auf Blut aus, sie will dich komplett verschlingen. Hier kommt Remilia, ob du es glaubst oder nicht, sie hat Flügel wie eine Fledermaus, ja, und sie hat Krallen und sie hat Krallen und sie setzt sie auch gerne ein, sie hat furchtbar Durst nach deinem Blut. Hier kommt Remilia, ob du es glaubst oder nicht, sie hat Flügel wie eine Fledermaus, ja, und sie hat Krallen und sie setzt sie auch gerne ein, sie hat furchtbar Durst nach deinem Blut.